Was ist die Asclepius Medical School in Hamburg? Hallo, ich bin Seyed Reza Marashishastari, im sechsten Semester hier an der Asclepius Medical School Hamburg. Ich habe vorher in Budapest studiert, an der Semmelweis Universität, und habe dort vier Semester studiert und mein Physikum gemacht und hatte dann die Möglichkeit, zu Asclepius zu wechseln, hier nach Hamburg, um einfach näher an meiner Familie zu sein und auch wieder in der Heimat zu sein. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier bin. Es gefällt mir sehr gut. Die Uni ist sehr strukturiert aufgebaut. Es ist sehr persönlich alles. Man grüßt sich auf dem Gang, wenn man sich trifft. Von den Sekretärinnen über Bibliothekarinnen bis zu den Professoren und Dozenten ist das alles sehr persönlich, der Umgang. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, hier zu studieren. Also um nochmal speziell auf die Dozenten zuzukommen. Wir sind ein sehr kleiner Jahrgang. Pro Jahrgang sind immer circa 45, 50 Leute, Studenten. Und die Dozenten erkennen einen auf dem Gang, grüßen einen. Und es ist einfach viel harmonischer, das Ganze. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich auch der Unterricht ist viel, viel effektiver, wenn man in kleinen Gruppen ist. Und auch am Patientenbett. Es ist sehr viel effektiver und sehr viel hilfsreicher, so zu lernen. Zusätzlich ist hier sicherlich das Mentorenprogramm zu erwähnen. Das ist quasi, dass Chefärzte von den Askepius-Kliniken circa 5, 6 Studenten an die Hand kriegen und verschiedene Freizeitaktivitäten mit den Studenten machen und quasi als erster Ansprechpartner fungieren. Und ja, da habe ich zum Beispiel mit meiner Gruppe, waren wir dann im Schanzenviertel. Unser Mentor hat uns Hamburg gezeigt. Wir haben eine Pizza zusammen gegessen. Es ist sehr interessant und auch sehr schön, dann nochmal einen Ansprechpartner zusätzlich an die Hand zu kriegen, mit dem man seine Schwierigkeiten besprechen kann. Die Geschäftsführung der AMS ist stets bemüht, uns Studenten, das Studentenleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wir haben jetzt seit circa ein, zwei Wochen eine Chill-Lounge bekommen, in der wir quasi in unseren Freistunden Zeit verbringen können, uns unterhalten können. Da sind zwei, drei Sofas drin und ja, es ist einfach ganz angenehm und echt macht Spaß, hier zu studieren. Das ist einfach ganz angenehm, das ist einfach ganz angenehm, das ist einfach ganz angenehm.